Das Gute ist, dass man durchgesetzt hat, dass es mit einer Live-Band gespielt werden kann, was für uns auf jeden Fall einen neuen Horizont eröffnet hat und somit eigentlich es ein Glücksfall ist. Da kann ich dann wieder so aus Fansicht drauf gucken und mich drauf freuen. Also wir spielen jetzt eigentlich eine bessere Silium-Show, als wir es damals hätten spielen können. Vielen Dank.